hallo und schönen guten tag es ist mal wieder unboxingzeit und da darf ich mal dankeschön sagen dem franz vom kanal gucki kraxen ich habe ja bei seinem giveaway mitgemacht kochen mit frischen zutaten und da habe ich doch tatsächlich was gewonnen ich werde das jetzt mal rausnehmen und hans vielen vielen dank ich hab dir ja schon ich nehme erst mal alles raus und dann gucken wir uns das mal an einfach große klasse auch dein kanal die touren die du machst du bist da jetzt wieder wenn ich das richtig verstanden habe von norwegen nach österreich umgezogen das ist ja doch schon ein riesen aufwand und hier leute ein topf um meine suppe zu löffeln wenn ich unterwegs bin große klasse und was mich ganz besonders überrascht hat das ist die light hammock und die moskito traveller und zwar eine hängematte die werde ich natürlich nächste woche mal in einem video ausprobieren da werde ich extra in den wald gehen ich hatte noch nie eine hängematte und das ding kommt genau richtig vielen vielen dank und kebab das wird natürlich auch mal ausprobiert real taste real energy franz vielen vielen dank dass ich da mitmachen durfte und auch noch gewinnen durfte bin hin und weg aber was soll man sagen ja leute guck mal bei dem und wie kraxen rein der macht wirklich tolle touren und übernachtungen immer ein abo wert lasst mal daumen da und auch ein abo große klasse und passen tut es auch 150 kilo hält ihr aus da kann ich noch meine hunde mit rein nehmen ok das wäre es mal wieder gewesen dankeschön franz für den tollen preis und dann bis dennne tschüss tschüss